Hallo, ich bin der Ivo und ich spiele den Ole und das ist nicht echt. Keine Sorge. Mein Name ist Olli Schulz und ich darf hier mitspielen. Die musste sehr viel Geld dafür zahlen und dann haben die gesagt, ja, du bist hier herzlich willkommen am Set. Ich sag, dass ich euch mal ganz verfolge. Was? Hey! Hey! Sag mir das mal mit innerer Freude. Ich wollte nicht erst die Beziehung. Ich bin mit deine Schwester. Hey, was hab ich gemacht? So, er hier. Ich war nicht los mit dem. Ich warst du? Wollst du das? Und das ist einer der wichtigsten Protagonisten des Films hier. Na? Wie ist es so? Ja! Komm! Klapp! Kennst du, dass du mal schwitzt? Kennst du das? Quasi die Froschperspektive. Ich wollte immer deine Mutter mal kennenlernen. Mutter! Mutter, was hast du gemacht? Ich mach mal einen Dachsel. Hi, ich bin der Emilio und spiel den Zarik. Und ja, schaut euch auf jeden Fall... Ja, sie hat die Wut im Bauch, sie hat die Wut im Bauch. So, da kommt man schnell hinterher. So, und jetzt noch eine für dich. Die Nummer 13 ist das Weißnis nicht. Das ist der Arbeitslauf. Guck mal, hast du das gemacht? Das ist der Weg, du... Ich hab' den Eindruck. Wie fehlt Amatheus? Gut, ohne das Ding... Ihr hört schon? Das war mein Buch besser bekannt als Holger. Das ist der Regisseur des Detlef Book. Detlef Book, keiner von ganz früher. Vom Land, wir waren zusammen früher boßeln. Und da hat er immer schon geschnackt, er will mal einen Film machen, hat er immer schon erzählt. Und ich so, Booki, das wird doch nichts. Und er so, doch, doch, ne? Und 30 Jahre später, obwohl wir mich schon so lange kennen aus Schulzeiten, hat er mich erst dazugeholt, weil er so beleidigt war früher. Weil ich immer nicht daran geglaubt hab, in seinem Talent. Ha! Ich fand den lustig auch. So, jetzt wollen wir erst mal was... Nee, ich werde wohl nicht was. Jetzt wollen wir erst mal Gedanken. So, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen am Set. Ähm, nee, warte. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und... Und... Wir sind auf dem Film Bibi und China 2. Schön, dass ihr jetzt ausschalten bleibt. Hohe Weihnachten! Aber es ist eigentlich doch zu heiß! Tschüss! Hahaha!